Hi Shino. Bye Shino. Nein, scheiße. Hab ich Shino gewischt? Nein. Hallöchen liebe Militoren. Hallöchen liebe Zuschauer. Heute mal hier wieder mit Echo, QCD und unserem netten neuen Gastgeber Shino. Warte mal, ich muss mal kurz meine Stimme anpassen. Viel besser. Viel besser. Wenn wir gleich mal in der nächsten Runde starten. Hallöchen auch von mir liebe Militoren. Ich bin bereit. I'm ready. Alles klar. Das wird ein Spaß. Oh Gott. Oh Gott. Hier zocken eine Wal-Wide-Map. Wahrscheinlich zuerst den Mount Chilea hoch. 50% weitere Empfehlungsrate, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das sieht man auch mal rum. Ähm. Hallö. Oh. Nein, 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 nein. Nein. Doch, doch, doch. Nein. Scheiße. So, geschafft. Rackdoll. Rackdoll. Ähm. Ja. Und zwar müssen wir wahrscheinlich wie es aussieht. Oh, du elender Pisser. Ohohohoho. Der war knapp. Der ist mit einem Sportwagen, Alter. Ui. Oh shit. Ui. Wer hat das ausgesucht? Äh, eben. Wahrscheinlich ich. Ich hab's ausgesucht. Wer denn sonst? Du suchst aber echt gut aus. Ja, echt. Äh, epische Sachen halt eben. Ähm. Wie es aussieht. Zum dritten Mal jetzt. Nein, zum vierten Mal jetzt. Wir müssen mit dem Mount Chilea hoch. Und dann erwartet uns dort der... Oh, du Pisser. Alright. Scheiße. Ihr habt's auch so... Verpiss dich. Uh. Uuuu. Nice. Jetzt geht's wieder hoch. Wir dürfen einfach nicht zu schnell hochfallen, weil sonst verkacken wir. Ich hab einen Schino eingeholt. Oh, da geht's schon los. Ja, sehen wir's schon. Hallo. Boah. Crazy. Nein, nein, nein. Oh. Nee, nee, nee. Du hast einen Vorschrift. Du hast einen Vorschrift. Genau. Du hast es auch nur auf mich abgelehnt. Nee, ich hatte keine Rakete. Ich wollte nur wissen, was bei euch abgeht. Du wolltest nur. Ja, ja, ja. Ich hab keine Rakete, ernsthaft. Ja, ja, ja. Das grinsen auch. Das sagen sie alle. Du wolltest nur. Wohin? Hä? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wohin? Das kann ja noch... Der Schluss kann doch noch was werden. Ich will doch nicht aussteigen. Ah. Warn einen. Hey. Und wie ihr schon seht, wir müssen von Wallride zu Wallride jumpen. Acht an der Zahl. Und... Acht an der Zahl. Und... Acht an der Zahl. Den ersten Passat. Wie soll man denn das machen? Einfach fahren. So. 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 Ein kleiner Tipp von mir. Spring beim Wallride nicht zu hoch. Dazu zu hoch oben ab. Ähm. Eher die Mitte. Das ist perfekt. Ja, das... Ach hier. Gut gesagt. Oh, da ist schon das Ziel. Wie lame. Ja. Du kannst eigentlich auch nicht abgeschrieben. Nein. Beim fünften. Wenn ich richtig gezählt habe. Beim fünften. Wenn ich richtig gezählt habe. Oh. Mich hat es geslidet jetzt gerade. Obwohl ich nichts gemacht habe. Scheiße. Also du musst du echt genauso jumpen. Alter. Jetzt schaffe ich nicht mal den ersten. So. Weiter geht's. Das wird ja immer kleiner. Alter. Das rutscht ja nur. Nein. Nein. Nummer zwei. Ich glaube ich habe beim achten oder so. Nummer drei. Oh. Oh. Nummer vier. Oh. An der gleichen Stelle wieder raus. An der gleichen Stelle wieder raus. An der gleichen Stelle wieder raus. Alles klar. Hier muss man höher fahren. Aber es ist geil gemacht. Aber nicht leicht. Überhaupt nicht leicht. So. Nein, nein, nein. Oh. Grabel noch gerettet. Das war Nummer eins. Oh. So hoch. Zwei. Peter. Nein. Jetzt rutsch ich schon wieder. Ich habe es gesehen. Alter. Ich hasse es. Du musst genauso die Geschwindigkeit beibehalten. Oh. Jetzt bekomme ich einen Telefonanruf. Genau jetzt. Jetzt rutschst du. Vier. Eins. Nein. 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 Fünf. Oh nein. Ja. Jetzt rutsch ich wieder. Fick dich. Fick dich. Nein. 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 Du der gerade angerufen hast. Ich ver... Nein. Nein. Ich rutsche schon wieder. Nein. 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 Oh Mann. Ja. Alter. Du ist... Es ist... Es ist machbar. Aber du rutscht mit dem Wagen so krass. Ich habe gerade mal bei... Acht geschafft. Das erste Mal. Und jetzt verkack ich hier bei... Zwei. Ich habe vier geschafft. Das Rennen geht schon mal fünf Minuten. Alles klar. Aber von diesen fünf Minuten sind wir drei hier oben. Ja. Das ist schon mal gut. Eins. Vierter geschafft. Zwei. Du hast es geschafft. Ja. Fünfte. Drei. Los. Verkackt. Jetzt. Sechste. Verkackt. Vier. Und... Siebte jetzt. Ja. Siebte geschafft. Letzter. Auch den habe ich geschafft. Ja. 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 Oh, zu doll. Sieben. Wuhu. Oh. Oh, da ist das Ziel. Sorry, Gino. Ja. Alter. Wahnsinn. First try. Noch die letzten paar übergejumped. Teilweise first try. Teilweise first try. Also die letzten paar Bahnen. Das ist der dritte? Von schon extrem da. Also am Anfang ist es wirklich schwierig. Weil du hast deine gewisse Geschwindigkeit noch nicht. Vierter. Aber dann je nach Bahnen wird es einfacher. Scheiße. Das war knapp. Oh. Schade. Alles klar. Schade. Das waren jetzt ca. 60 Minuten. Und wir sehen uns gleich bei der nächsten Map. Bis gleich. Bis gleich. Nein. Boum. Nein. Und hier. Eine weitere neue Runde. Der ist diesmal hier auf einer extreme hardcore Abteilung. Bin mal gespannt was da rauskommt. Ja ich auch. Die anderen werden sicherlich auch. Die ist auf jeden Fall befriedigend bewertet worden. Von 60 Prozent. Oh. Und in der Beschreibung steht schon drin. Dass da einiges nicht so schmuv gebaut ist. Von dem her. Nicht wundern. Das ist ganz schön tricky. Ui. Ui. Du elendes Arschloch. Du elendes. Verfücktes. Arschloch. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Oh. Rache. Oh. Habe es nicht bekommen. Lol. Nein. Da will man dann. Oh. Turbo zünden. Damit es mal abgeht. Und dann führt es einen nach unten. Lol. Oh. Was. Huch. Ich bin sogar noch Erz. Oh. 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 Ich kann diesen Jump. Und geschafft. Ich habe es geschafft. Oh. Diese Ratte. Jawoll. Jawoll. Nächste Runde. Boah. Scheisse. Okay. Nächste. Der Sprung. Der kein Problem darstellt. Hier dürfen wir keinen Boost zünden. Und weiter geht's. Alter. Achso. Da muss er sich hinbewegen. Okay. Lol. So. Ich habe es geschafft. Das kam jetzt da. Halt eben. Dass es nicht so schmuf gebaut ist. Da ist es halt crazy. Woah. 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 Tschüss. Ich habe es geschafft. Jawoll habe ich. Und. Lol. So. Oh Gott. Komm schon D20. Gib dir Mühe. hier. Sag dir zum Auto, obwohl er das nicht konnte. Okay. Da hat es nicht. Das Auto nichts für konnte. Oh. Ja. Lol. Ich habe ganz gut angefangen. Wo ich eigentlich den Spawnpunkt bekommen habe. Lol. Ah. Wie nice. Du musst zweimal durch, damit es eine Runde gibt. Das ist insgesamt vier Runden. Vier Runden? Ja. Nice. Ja. Bis so lange man halt weiß wie man richtig fährt dann. Ist alles schmuf. Woah. Stopp. Aber gestoppt. Oh shit. Oh shit. Alter. Alter. Alles klar. Ich hätte es was so geschafft. Ich. Also ich habe es geschafft in dir. Ich. Alter. Verpiss dich. Oh. Du F***er. Du Arschgesicht ey. Ja. Alles klar. Erstmal 50.000 Mal überschlagen. Überschlagen. Ja. Und wenn wir mal Platz 2. Nein. Diesmal habe ich es nicht gepackt. Schade. Oh. Ich habe dich nie getroffen. Schade. Jetzt habe ich es. Ui. Aha. So. Dafür bin ich drauf gegangen wo ich kaum den Boden gewöhnt habe. Nein. So. Weiter geht's. Der Anfang ist ziemlich schwer. Es ist machbar. Es ist. Ja. Es ist wirklich machbar. Oh. Scheiße. Ich dachte ich hätte ein Turbo. Das sollte jetzt das Ziel sein. Da ist es. Lalalalalala. 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 Ey. Wieso. Achso. Hi Chino. Bye Chino. Nein. Scheiße. Habe ich ihn noch gewischt? Nein. Alter. Du wirst es mir jetzt echt nicht warm. Oh. Ich dachte. Oh. Chino muss noch eine Runde. Da ist es mich nicht getroffen. Chino muss noch eine Runde. Oh. Wie geil. Wie geil. Ich dachte du wirst jetzt ins Ziel gefahren. Äh. Ja. Jetzt hat mich Chino auch reingeholt. Oh. Eko. Ja. Ah. Ich weiß nicht was Eko da versucht. Aber er hat mich bis jetzt noch nicht getroffen. Ich dachte du. Ui. Ich dachte jetzt wäre ich. Jetzt hätte ich den ersten Platz verloren. Tada. Komm Chino. Auf ins Ziel mit dir. Oh. 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 6 Minuten. Oh. Äh. Kurze Info Leute. Wir haben für uns gedacht. Ein bisschen die Folgen kürzer zu machen. Halt eben. Äh. Teure Info. Und. Außerdem habe ich leider keine Zeit mehr zum weiter aufnehmen. Von dem her. Wenn es euch gefallen hat. Dann darf ich ihn nach oben. Wenn ihr noch mehr sehen wollt. Ihr wisst ja wo der Abo Button ist. Einfach drauf drücken. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und schaut auch bei den anderen vorbei. Link unten in der Videobeschreibung. Bis dann. Tchausen. Haut rein. Ciao.